Hallo, ich bin's, die Astrid. Ich begrüße euch wieder zu einer neuen Folge SportioL at Home. Diesmal habe ich Unterstützung von meiner Tochter Darlene. Und wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir euch unseren Langhandelkurs auch ohne Equipment machen lassen können. Und da habe ich mir überlegt, ihr könnt entweder Wasserflaschen nehmen, vielleicht füllt ihr da mal Sand rein. Okay, könnt ihr ja auch besorgen. Und wir brauchen außerdem noch einen Rucksack. Auch den könnt ihr beladen mit Getränkeflaschen, mit Steinen, seid erfinderisch, mit Gold, keine Ahnung. Okay, für unsere Squats dann. Wir haben nicht so viel Zeit, nur immer 30 Minuten zum Filmen. Deswegen mache ich das nur mit den großen Muskelgruppen heute. Und das Workout für die Arme wird noch nachgereicht. Okay, dann legen wir los. Wie immer, mit leichtem Gewicht zum Warm-Up. Rollen nochmal die Schultern nach oben, nach hinten, nach unten. Ziehen den Nabel ein, Knie soft, Fersen unter der Hüfte. Und starten mit unserem Warm-Up. Okay, rollen mal die Schultern nach hinten, unten. Komm langsam tief in der Lüste. Nach Körpers nach bis zur Knie scheiden. Gesäßanspann beim Augenrecht. Zwei und zwei. Zeig von der Seite. Ihr lasst den Rücken in der Doppel-S-Würde. Aus der Lüste abklingt. Steißbein nach hinten. Okay. Mach die vor zwei. Zwei. Gesäßanspann beim Aufrecht. Ist dein Nabel noch eingezogen? Brustbein angehoben. Letztes Mal. Beginn zu rudern. Du ziehst mal da den Nabel. Und wir mit den Flaschen. Wir haben noch eine Rotation. Und ziehen wir Richtung Rippen. Zieh die Schulterfläger fest zusammen. Lange und die Bleib. Du und pull go. Bleib nach vorne, Beut. Zieh drei Mal an. Jetzt wieder Aufrecht. Noch mal aus drei. Schulterfläge vor den Ohren. Achtung, Abweichung. Zieh deine Elbogen hoch. Zwei und drei. Die Stange oder die Flasche kommt an ein Unterwurzfläge. Voll zu kurz. Letztes Mal dann über den Speed and Press. Ihr mit der Stange. Bringt die Elbogen unter die Stange. Schieb vor. Wir mit der Flasche machen einen Curl Squat Press. Curl Squat Press. Okay. Das tief geht. Das Ganze im Tempo. Curl Squat Press oder Kiegel Press. Hier dabei. Zieh den Nabel ein. Fang ab. Lieb in den Stange. Leg den Kopf ab. Und wir sind hier. Ganz etwas weiter. Und kommt super langsam. Mit dem Squat. Langsam wieder hoch. Keiner mehr davon. Langsam hoch auf vier. Drei. So. Kniebeuge. Zuerst hoch. Knie. Hoch. Die Knie gelichtet. Zweifel Fuß her. Gesetzt. Auf fast die Kniehöhe. So. Ein Fuß zurück. Kommt die Ausfallstritte. Zwei und zwei. Langern Schritt. Für 90 Grad. In meinem Knie. In der Ferne. Schau zur Decke. Okay. Seidenwechsel jetzt. Langern Schritt. Abgehebe die Schulter. Über der Hüfte. Vier Fernerkopf. Vorderen Ferne schiebt hoch. Wir brauchen nochmal Squats. Achtung. Tief. Halbe höher. Tief. Und ganz nach oben. Nochmal. Zwei mehr nach vorne. Stolz. Brust. Letzt Mal. Und stopp. Okay. Leg up. Ihr baut auf für die Squats. Für die größte Muskelgruppe. Ich setze mir jetzt meinen Rucksack auf. Und nehme die Flaschen dazu. Ihr könnt ruhig hier viel Gewicht reinpacken. Ja. Größte Muskelgruppe. Du darfst Schultern. Wir haben unsere Flaschen hier. Und wir sind im mittleren Stand. Das heißt etwas breiter als Hüftbreit. Leicht ausgedrehte Fußzehen. Nabel eingezogen. Auf geht's. Alles bereit? Langsam tief. Langsam hoch. Zwei und zwei. Tief. Tief. Hoch. Hoch. Zieh deine Arme da hin. Stolz in Brust. Start. Start tief. Auf drei. Auf zwei. Schnell wieder anheben. Knie bleibt so. Streck Berge heißen. Und lenk nicht die Länge. Hoch anspannen. Letztes Mal. zur Achtung. Tief. Halbe Höhe hoch. Tief ganz nach oben. Jawohl. Ich hoffe, ihr habt viel Gewicht in eurem Brust. Start. Einer mehr. Einer mehr. Super lang. Sehr tief. Fünf. Drei. Zwei. Langsam hoch. Sehr tief. Einer mehr. Dann haben wir uns gekoppelt. Aus einem Singler. Und einen mit Carb Breaks. Alles gut. Der Singler. Nimm die Arme weg hoch. Ja? Ihn geht es nach schön. Hoch. Hebt die Ferse an. Steht sich die Länge. Nuss es mit Carb Breaks. Und oben. Press. Komm, schieb hoch, schieb hoch. Einer Massen länger. Option. Oder Shoulder Press. Oder zieh nochmal durch. Zwei noch. Zwei. Rücken. Stopp. Du darfst in den weiten Stand gehen. Fersen müsst ihr dann außen. Wir bleiben hier im Mittleren Stand. Zwei und zwei. Schieb hoch, schieb hoch. Leg mehr. Auf. Die Ausführung. Nier Richtung zweitig mit der Fußzehe. Fern. Schieb hoch. Langsamer. Auf. Kleiner. Schieb hoch. Wieder hoch. Je nachdem. Wie ihr euch neuer Wuchster gepackt habt. Na? Komm mal aufschwitzen. Und wieder hoch tief. Also höher hoch. Schieb nach ganz da oben. Noch mal, noch mal. So auf geht's. Ganz da oben. Shoulder Press. Komm, da geht noch vier. Schieb hoch. Neuer. Zwei. Und Stopp. Okay. Dann kommen wir zum Bankdrücken. Beziehungsweise wir mit den Flaschen. Wir machen Chest Flies. Ich habe jetzt auch mal bewusst das Ganze ohne Step gemacht. Zum Schluss machen wir noch Liegestütze. Gewichtsempfehlung. Bisschen weniger als die Squats. Bisschen mehr als Warm-up-Gewicht. Okay. Nehmt die Stange in den Schoß. So, ich kann hier liegen. Voilà. Nehmt die Stange ganz außen. Zieh in die Brustmitte. Und wir starten hier beim Brustkorb mit einer leicht beugen Elbung. Auf geht's. Beziehungsweise langsam tief. Langsam hoch. Zwei von zwei. Neh, wollt. Ich hoffe, ihr habt Gelegenheit gefunden, ein Flaschen mit Sand zu füllen. Langsam tief. Drei. Zwei. Schnell wieder hoch. Lager Nacken. Entweder die Elbungen bis der Praktur. Mehr tiefer als oben, wenn man ähnlich geht. Letzter Start. Drei Flüsse länger. Dann auf geht's. Tief. Hoch. Atme ein. Atme aus. Ganz stabil zu der Halbe. Vier mehr davon. Noch drei. Bottom hart. Also tief. Halbe Höhe. Tief. Ganz nach oben. Vier mit den Flaschen lassen. Ein bisschen zur Decke schauen. Und füllen wieder ganz nach oben. Letzte Runde davon. Braucht noch mal acht Singles. Ja. Den ganzen Weg. Und tief. Es gibt auch Hobbiesat zu rauchen. Sperre als Wasser. Zwei. Langsam hoch. Zwei. Langsam hoch. Nochmal noch mal. Langsam hoch. Auf. Eintracht tief. Tief. Steck hoch. Wieder hoch. Nochmal. Drei. Zwei. Eins. Und hoch. Einer mehr. Gib mir nochmal 18. Den ganzen Weg. Tief und hoch. Hast du noch deine Schultern weg? Direkt vor dem Ohr. Du hast die Öperspannung. Nadel fest eingezogen. Letztes Mal. Du weckst dich daher in den Leisten. Hier. Roll hoch. Und komm in die Liegestützposition. Die Hände zu zweit. Die Hände zu zweit. Nadel fest. Nadel fest. Nadel fest. Schultern weg vom Ohr. Und ja, die Schiefe eben nach oben ist leichter, obwohl nicht schwerer. Wir haben Drück von Pots. Bleibt hier noch drei, zwei, eins und hoch. Alles klar? So, komm, wir machen alles. Über, auf, für den Götz. Tief, hoch. 90 Grad Rennung. Legt gerne hier ab. Stopp. Okay. Öffnet mal. Den mal. Dann kommen wir zurück. Ihr könnt wieder den Rucksack aufsetzen. Ihr wisst ja, wir mit den Flaschen machen den Curl Squat Press. Wie vorhin im Warm-Up geübt. So, Gewichtsempfehlung. Vielleicht ein bisschen weniger als bei den Squats. Wir bringen uns ja auch nach vorne. Ihr könnt ja dann austesten, wie viel ihr bei was braucht. Dass ihr auch gefordert seid. So, einen Schluck zu trinken. Für diejenigen mit Stange. Etwa das gleiche Gewicht wie beim Band drücken. Get loose. Fersen unter der Hüfte. Und rollen noch mal die Schultern. Nach oben, nach hinten, nach unten. Langsam in der Hüfte. Bisschen Knie scheiben. Lange Rüttel. Zwei und zwei. Tief, tief. Hoch, hoch. Rücken. Rücken, rücken, rücken. Rücken, rücken. Rücken, rücken, rücken. Rücken. Spannende Gelsen beim Aufricht. fach nächste victims ersten der und die Wir machen die 12 quadrups. Noch mal. Wir werden jetzt gleich noch den Rucksack. Komm einfach tiefer. Warte, wir werden starten auf. Komm. Ein Runde auf der Bär. Alles gut? So, wieder press. Und sing and roll. Sing and roll. Noch mal. Wieder press. Okay, wieder ruder. Stopp. Schultern hier raus. Super lange tief. Die, vier, drei, zwei. Langsam hoch. Zwei und zwei. Beug dich vor. Ich zeig's mal seitlich. Nur mal lange Rücken. Das haben wir jetzt durch den Rucksack wohl nicht erkennen. Aber das gibt noch S-Wörter. Langsam mal tief. Zwei und drei. Und dann wieder anheben. Und dann wieder anheben. Noch mal. Einer mehr. Sit and roll. Ja, oh ja. Kommen wieder hoch. Noch mal. Die Schulterblätter fest. Und abends viel. Letztes Mal. Bereit zu gehen und kurz. Auf geht. Ja, oh ja. Auf geht's. Ja, oh ja. Provide! Setz dich auf die Fernse. Ja. Wir haben einen Fieberpress. Zero. Jetzt. Wir ruder. Feuerpress. Ja, oh ja. Fieberpress. Und dann wieder... ... und dann wieder anheben. Ah, geht weiter? Ah, die Gründe machen wir noch. Gold, fort, press. Oder der Glieder, press. Ruder. Gut, jetzt aber. Okay. Danach haben wir die Ausfallschritte. Du brauchst den, mach nochmal Pause. Du brauchst nämlich das niedrige Step. Ich nehm keinen Step. Wir brauchen eine Scheibe. Ich nehm wieder meine Getränkeflaschen. Wenn ihr wollt, naja. Straufe mir mal das zu. Könnt ihr das Gewicht nochmal auf den Rücken mitnehmen. Für unsere Ausfallschritte. Aber dann eher wegen Gewicht. Mach eine Fünfer-Scheibe ab. Die kannst du nehmen. Wir starten. Du Rom. Ich bin heute ohne Step. Die Meterer Stand. Und was weiter als Hübschwein? Zwei in zwei. Ah, die Klasse sein mag ich. So, einmal zurück. Rück, tief. Und wieder hoch. Dein Lieb ist auf Step-Karte. Wir haben hier mit der Sacken. Ohne Step auf 90 Grad. Also, was du mehr? Nimm die Augen mit, wenn du magst. Dann die Option. Die müsst ihr nicht mitmachen. Ah, ihr könnt ihr das hier. Also, was du mehr? Und wieder auf den Arschwag. Uh, gut. Mach einen Schritt. 25 Grad. Bein, vier. Achtung drauf. Schultern. Bleib über Hüfte. Wir haben nicht der Letzte. Drip the pulse. Drei. Zwei. Eins. Bravo. Wie reicht? Bleib geboll. Lass die Spannung drin. Lass die Elbom nach vorne schauen. Na, bleib nicht so. So, aufgepasst. Wir haben. Wir holen sie es hier. Ein Ball zurück. Bleib entweder hier mit beiden gestreckt. Das ist eine leichte Option. Wir holen sie über eine Strecke. Oder. Pulsieren, pulsieren. Platin. Beine nicht mehr strecken. Lass die Beine brennen. Oh, oh, oh. Oh, wie viel Gewicht habt ihr auch noch gesagt? Platin. Lass weg. Das Wort. Lass weg. Du bist die Jürz. 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 Aber noch. Jetzt geht's ans Eingemachte. Oha. Letzte Mal noch. Oh, oh, oh. Der Bauch ist dran. Ihr braucht die Matte. Kein Step, kein Rucksack. Eventuell eine Scheibe. So, wo gehst du hin? Hinten lang ich vorne. Hier eine Flasche. Geht los in Rückenlage. Stell die Fersen auf. Nabel einziehen. Die Scheibe hast du wie eine Schildwitze. Vor deiner Stirn. Geht los. Zwei in Zwei. Bessi Frutsch. Bring die Knie über deine Hüften. Und komm in den Oberkörper hoch. Seifotteral rücken. Letzene Armhode. Begebt in Richtung. Brüste. Bleib in Zwei in Zwei. Langsam hoch. Langsam. Geht auch so langsam tief. Vier. Drei. Zwei. Einmal langsam hoch. Die Bleibe. Machen wir uns bereit für den Shootout. Nehmen wir es fort. Auf geht's. Wieder an. Und wieder zusammen. Bevor den Oberkörper hoch. Atem hier ein. Und rücken wir auf den Boden. Weiß wir mal. Und jumpen. Auf. End. Ein. Aus. Atem. Nase ein. Und aus. Scheiben weg. Kopfstützen ist erlaubt. Shoot aus. Und halten kurz. Langsam wieder. Überringen. Okay. Option. Beine gebeugt lassen. Macht selbst. Letztes Mal. Okay. Leg die Scheibe ab. Und kommen. Über die Seite gewollt. Die Scheibe brauchen wir nicht mehr. Wir kommen mit den Unterarmstütz. Elbungen und Schultern. Ihr könnt auch hier die Knie ablegen. Nach rechts ab. Linkes Bein. Höf nach außen. Und wieder nach innen. Oder mit abgehobenen Knie. Noch mal langsam. Trepp aus. Und in. Etwas schneller. Aus. In. Dein Becken bleibt parallel. Heben. Norden feste Einziehen. Hinteres Becken ablegen. Führer. Komm schon mal langsam hoch. Auf die Hände. Wir brauchen ein bisschen Einwachs. Option. Tap. Tap. Bring dein Gewicht nach vorne. Schulter über Hände. Auf. Sind wir noch dabei? Wir brauchen Single, Single Nabel. Single, Single Stopp. Single, Single Stopp. Zieh deinen Nabel ein. Macht gerne Pause. Ohne zieh noch mal durch. Wow. Letzte Runde. Okay. Braucht ihr die Rückenlage? Handweg zur Lenker. Wir wollen hoch in die Schulterbrücken. In den Bridge. Langsam tief. Die Beine weit ab. In den Kopf hoch. Langsam wieder abziehen. Anderes Bein. Stärk deine Rückseite. Den Mal hinein. So. Stütz den Kopf. Seine neue Kappe hoch. Weißige Crunch. Achtung. Single, Single. Halt. Dreh den Oberkörn. Lass die Ellbogen außen. Unteren Rücken nach Boden. Schulterblatt schimpfen. Machen Twists. Gehen noch mal runter. Drei, zwei, stopp. Drei, zwei, stopp. Hör. 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 Körper hoch. Bereit für die Säge? Auf geht's. Out. Ein. Aus. Ihr könnt es gleich auch in der Dame. Gerne los hier machen. Setzen die Füße ab. Und wir hoch. Langsam tief. Andere Seite. Jawohl. Nochmal. Letztes Mal. So, komm nochmal hoch. Öffne. Ja. Vier noch. Drei. Zwei. Einmal noch alle absetzen. Roll nochmal hoch. Langsam tief. Vier. Ihr habt fast geschafft. Nochmal auf vier nach oben. Vor anspannen. Roll langsam ab. Und. Komm in stretching. Atme, die Furcht. Du kannst dich vielleicht auch hinten auf die Ferse absetzen. und bringen dann eines Bein nach vorne. Für euch welches zu links. Spiegel verkehrt. Der Hürgleifer sitzt. Und bringen dann Brustbein hier vorne. In Richtung Boden. Spüre Dehnung. Gesäß. Mit Bein. Und den Hürgleifer. Wechsel die Seite. Atmen aus. Geht nach. Lass dich nach vorne sinken. Gut. Komm nach oben. Nur den halben Weg. Anderen Fuß vor. Jawohl. Dann sind wir gleich. Arm nach oben. Bisschen Lüftbeuger-Stretch. In West. Schieb dich nach hinten, sodass dein Brustkorb zur Seite mal zeigt. Stütz dich ab. Komm hoch mit dem drüben Fuß. Stütz dich ab. Komm nach oben. Und dann wieder den Fuß mit. Und dein Lüftbeuger-Überschenkel zu legen. Geht auf die Beine Rückseite. Bisschen nach vorne. Zieh die Hüfte zurück. Nächste Seite. Zieh die Fußspitze ran. Stolz. Stolz. Brust. Lange Rücken. Gefühls Rundkreuz. Abschließend öffnen wir hier nochmal den Brustkorb. Okay. Ich bedanke mich bei euch. Super für die Hüfte. Und wie gesagt, die Arme und Schultern werden noch nachgereicht. Freut euch aufs nächste Mal.